Der WhisperLight Universal Hybrid-Brennstoffkocher kann mit Brennstoffkartuschen ebenso betrieben werden wie mit Flüssigbrennstoffen wie Kocherbenzin, Bleifreiem Normalbenzin und Petroleum. Überprüfen Sie Ihren WhisperLight Universal Kocher unbedingt vor jeder Nutzung, um sich zu vergewissern, dass er korrekt für den jeweiligen Brennstoff konfiguriert ist. Der WhisperLight Universal Kocher hat drei mögliche Brennstoffkonfigurationen, die jeweils eine unterschiedliche Kombination von Brennstoffadapter und Brennstoffdüse erfordern. Verwenden Sie für Kartuschenbrennstoff den Kartuschenbrennstoffadapter und die UC-Düse. Für Kocherbenzin und Bleifreies Normalbenzin verwenden Sie den Flüssigbrennstoffadapter mit der UG-Düse. Verwenden Sie für Petroleum den Flüssigbrennstoffadapter zusammen mit der UK-Düse. Alle drei Düsen sind im Lieferumfang des Kochers enthalten. Im WhisperLight Expedition Service Kit finden Sie Ersatzdüsen. Wechseln Sie die Düse, indem Sie zunächst die Topfhalter bzw. Standbeine zusammenklappen, den Brennertopf abschrauben und den Zünddocht herausnehmen. Nehmen Sie die Brennstoffleitung ab, drehen Sie diese um und setzen Sie das Winkelstück der Brennstoffleitung wieder in das Mischerrohr ein. Schrauben Sie die Brennstoffdüse vorsichtig mit dem Düsen- und Kabelwerkzeug ab. Achten Sie darauf, dass die Düsennadel nicht in das Winkelstück fällt. Ersetzen Sie die Brennstoffdüse durch die Düse für den entsprechenden Brennstofftyp und ziehen Sie diese mit dem Düsen- und Kabelwerkzeug gut fest. Setzen Sie das Winkelstück wieder in das Mischerrohr ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung. Setzen Sie den Zünddocht und den Brennertopf wieder ein. Um den Brennstoffadapter zu wechseln, lösen Sie die Überwurfmutter am Brennstoffadapter mit dem Düsen- und Kabelwerkzeug. Schrauben Sie die Überwurfmutter ab und trennen Sie den Brennstoffadapter von der Brennstoffleitung. Setzen Sie das Ende der Brennstoffleitung in den neuen Brennstoffadapter ein. Ziehen Sie die Überwurfmutter mit dem Düsen- und Kabelwerkzeug gut fest. Damit ist der Kocher einsatzbereit. Überprüfen Sie ihn vor dem Entzünden grundsätzlich auf auslaufenden Brennstoff. Whisperlight Universal Kocher sind mit einem austauschbaren Brennstoffadapter am Ende der Brennstoffleitung ausgestattet. Beim Warten des Kochers müssen die Drehgelenk-O-Ringe für den Brennstoffadapter überprüft werden. Überprüfen Sie die O-Ringe. Wenn Sie rissig oder beschädigt sind, entfernen Sie sie mit einer Sicherheitsnadel und ersetzen Sie sie unverzüglich durch neue O-Ringe aus dem Wartungskit. Schmieren Sie die O-Ringe mit Pumpenlageröl, setzen Sie die Brennstoffleitung wieder in den Brennstoffadapter ein und ziehen Sie ihn gut fest. Heizen Sie den Kocher vor und zünden Sie ihn an. Weitere Informationen zur Kocher-Wartung finden Sie im Video zur Wartung von Whisperlight-Kochern unter msrgear.com Schmieren Sie die O-Ringe mit Pumpenlager-Kochern unter msrgear.